In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man die allgemeine Lösung einer Differenzialgleichung durch Trennung der Variablen bestimmen kann und natürlich bei der Gelegenheit auch, wie man ein Anfangswertproblem löst. An dieser Stelle noch einen kleinen Hinweis. Ich werde hier nur den Lösungsweg durch Trennung der Variablen behandeln. Wenn ihr andere Ansätze zu lösen von Differenzialgleichung sucht, ihr findet sie entweder oben rechts unter dem I-Punkt oder am Ende im Abspann. Bevor wir gleich zu den Beispielaufgaben gehen, will ich zuerst den Aufbau solcher DGLs sowie den Lösungsweg mit euch besprechen. Als erstes. Wir haben eine allgemeine Gleichung und damit wir dieses Verfahren anwenden, muss sie diese Form haben. Also auf der linken Seite steht meistens Y', das ist die erste Ableitung, ist gleich ein Produkt aus zwei Funktionen mit zwei verschiedenen Variablen, einmal X und einmal Y. Als erstes sollten wir erstmal diesen Term umschreiben und zwar, besser gesagt, die Ableitung Y' kann man auch schreiben als der Y durch der X. Sonst ändere ich hier an dieser Stelle nichts. Im zweiten Schritt werden wir die Variabel trennen. Das bedeutet, ich trenne die Terme mit X von diesen anderen Termen mit Y. Dazu können wir bei der oberen Gleichung hier folgendes machen. Wir können einmal dieses DX, was hier unter dem Bruchstrich steht, auf der anderen Seite bringen. Vereinfach können wir euch das so vorstellen, einfach mal DX. Und gleichzeitig, damit wir einen Schritt sparen, können wir dieses G von Y auf der linken Seite bringen, zu dem DY. Also geteilt durch G von Y. Dadurch haben wir einen nächsten Schritt. Einfach das hier stehen, 1 durch G von Y der Y ist gleich F von X der X. Und das Ganze wird jetzt auf beide Seiten integriert. Und es sieht so aus. Indem wir jetzt auf beide Seiten die Stammfunktionen bilden, einmal nach Y und einmal nach X, kriegen wir einen integralfreien Term aus, den wir dann entsprechend auch umformen können. Und zwar nach Y, dann sieht die allgemeine Lösung wie folgt aus. Y ist gleich unsere Endstammfunktion, die ungeformte, plus natürlich eine konstante C am Ende. Und das ist dann die allgemeine Lösung der Differentialgleichung. Einen kleinen Hinweis noch am Ende. Wenn ein Anfangsproblem vorliegt, wie zum Beispiel Y von 0 ist gleich eine Konstante A, wird diese Bedienung benutzt, um die Lösung der Differentialgleichung vollständig zu bestimmen. Damit meine ich, um einen passenden Wert für diese Konstante C rauszufinden. Für den Fall, dass ihr dieses Licht am Ende des Tunnels noch nicht seht, keine Sorge, spätestens nach der nächsten Beispielaufgabe hat sich das Ganze geklärt. Wir versuchen jetzt, diese Vorgehensweise, die wir gerade besprochen haben, für diese Differentialgleichung anzuwenden, um die allgemeine Lösung zu bestimmen. Also, als erstes werde ich jetzt dieses Y' als DY durch DX schreiben. Entsprechend werde ich dann hier haben, DY durch DX ist das gleiche wie Sinus X mal Y². Dann trennen wir die Variable. Das bedeutet, DX geht mit mal DX auf der anderen Seite. Und entsprechend Y hoch 2 geht mit geteilt durch Y hoch 2 auf der linken Seite. Dann haben wir entsprechend 1 durch Y². Y², DY ist das gleiche wie Sinus X DX. Und wir haben jetzt gesagt, wir integrieren auf beide Seiten. Das können wir auch im gleichen Schritt hier machen, wenn wir einfach das Ganze mit dem Integralzeichen ergänzen. Als erstes wird die linke Seite integriert. Und die sollten wir vielleicht erstmal umformen, hier an der Seite. Also, 1 durch Y² kann man auch umschreiben als Y hoch minus 2. Und ich glaube, jetzt ist es ein bisschen einfacher, die Stammfunktion zu bilden. Wenn ich aufleite, dann habe ich die neue Hochzahl hoch minus 1. Und die kommt in den Kehrwert nach vorne. Das bedeutet, ich habe minus 1 mal Y hoch minus 1. Und das sauber geschrieben ist, minus 1 durch Y hoch 1 oder durch Y. Und das kann ich jetzt hier auf der linken Seite übernehmen. Entsprechend habe ich dann minus 1 durch Y. Natürlich plus eine Konstante C1, die an dieser Stelle entsteht. Und genauso auf der rechten Seite. Sinus X aufgeleitet ist minus Cosinus X. Und dann plus eine zweite Konstante C2. Jetzt, im ersten Schritt sollten wir vielleicht diese Konstanten zu einer neuen Konstante zusammenfassen. Deshalb sage ich jetzt hier, ich bringe C1 rüber mit minus C1. Und dann haben wir minus 1 durch Y ist gleich minus Cosinus von X plus... Und jetzt bilde ich aus der Differenz dieser zwei Konstanten eine neue Konstante. Die nenne ich jetzt C3. Wobei als Hinweis, C3 ist ja nichts anderes als C2 minus C1. Das sind einfach Zahlen, die wir zusammenfassen. So könnt ihr euch das vereinfacht vorstellen. So, was muss als nächstes verschwinden? Unser Ziel ist natürlich nach Y umzuformen. Deshalb würde ich jetzt noch mal minus 1 nehmen. Und dann habe ich 1 durch Y. Ist gleich, aus dieser Minus wird dann Plus. Also Cosinus X. Und jetzt bilde ich mal wieder eine neue Konstante. Die nenne ich jetzt allgemein C. Und diese neue Konstante ist eigentlich nichts anderes als minus C3. Also, statt dass ich jetzt minus C3 schreibe, schreibe ich einfach eine neue Konstante C. Und jetzt können wir endlich diese Gleichung nach Y umformen. Also in erster Reihe bringe ich Y rüber mit mal Y. Und dann gleichzeitig kann ich auch noch durch den Term auf der rechten Seite teilen. Also geteilt durch Cosinus von X plus C. Und damit kann ich das Ganze trennen. Ich habe dann auf der linken Seite stehen, 1 durch Cosinus von X plus C. Und auf der rechten Seite steht nur Y. Das ist die allgemeine Gleichung der Differentialgleichung. Also Y ist gleich 1 durch Cosinus von X plus C. Und mehr wollen wir an dieser Stelle auch nicht rausfinden. Wenn allerdings noch ein Anfangswertproblem vorliegt, wie hier zum Beispiel, bestimmen Sie anschließend die spezielle Lösung zum Anfangswert Y von 0 ist gleich 3,5. Dann werden wir diese Bedienung nutzen, um einen passenden Wert für C zu bestimmen. Das bedeutet, bei unserer Bedienung ist natürlich das der X-Wert. Und das hier ist der Y-Wert. Und die setzen wir hier in unsere allgemeine Lösungformel nach C um. Entsprechend haben wir dann hier an dieser Stelle 3,5. Ist gleich 1 durch Cosinus von 0 plus C. Cosinus von 0 ist selbstverständlich 1. Also daraus folgt dann 3,5. Ist gleich 1 durch 1 plus C. Und jetzt müssen wir diese Formel nur nach C umformeln. Wir könnten die Brüche auflösen, wenn wir einfach einmal mal 2 nehmen. Und einmal mal 1 plus C. Natürlich in Klammern, weil es zwei Terme sind. Entsprechend werden wir dann haben 3 mal 1 plus C. Sind gleich 1 mal 2 sind 2. Dann können wir durch 3 teilen. Und dann bleibt hier auf der linken Seite nur noch 1 plus C. Sind gleich 2 Drittel. Und dann entsprechend minus 1. Da kriegen wir für C raus. 2 Drittel minus 1 sind einfach minus 1 Drittel. Und damit können wir dann auch die spezielle Lösung dieser Differentialgleichung aufstellen. y ist gleich 1 durch Cosinus von x minus 1 Drittel. Am Ende dieser Aufgabe noch ein kleiner Hinweis für den Fall, dass man seine Lösung mit einer Musterlösung vergleicht. Und zwar, es kann sein, dass bei dem Anfangsproblem hinten für die Konstante auch eine andere Lösung rauskommt. Allerdings die gleiche Zahl nur mit einem anderen Vorzeichen. Das hat ja damit zu tun, wie ihr hier dieses C zusammengefasst habt. Also beide Lösungen sind natürlich richtig. Also kurz gesagt, wundert euch nicht, wenn zum Beispiel hier bei der Musterlösung statt minus 1 Drittel einfach mal plus 1 Drittel hinten steht. Das hat ja damit zu tun, wie ihr mit dieser Konstante hier oben in der allgemeinen Lösung umgeht. Abschließend noch ein paar Hinweise. Wie kann man solche Aufgaben eigentlich verkomplizieren? Naja, indem man die Stammfunktion verkompliziert. Also man kann ja mit reinmischen in die Rechnung. Entweder Integration durch Substitution oder Partielle Integration oder Stammfunktion mit Hilfe der Lernfunktion. Dadurch werden diese Aufgaben natürlich auch komplizierter und komplexer. Außerdem, wie bereits am Anfang gesagt, wenn ihr noch Tutorials sucht zum Lösen von Differenzialgleichungen in der Ordnung, zum Beispiel homogene Differenzialgleichungen mit konstanten Koeffizienten oder auch inhomogene, sowie spezielle Differenzialgleichungen erster und zweiter Ordnung oder mit anderen Lösungsansätzen, wie Variation der konstanten oder expliziter Differenzialgleichungen, das alles findet ihr noch im Abspann. Differenzialgleichungen,